Die Herausforderung. Eine effiziente Küche mit Rückverfolgbarkeit aufrecht zu erhalten, um die Richtlinien der Lebensmittelsicherheit zu erfüllen. Handgeschriebene Etiketten erhöhen das Risiko menschlicher Fehler erheblich. Diese Etiketten können leicht missverständlich sein, was zu Lebensmittelabfällen und potenziellen Gesundheitsrisiken für die Kunden führt. Brother ist at your side und bietet eine ideale Lösung. In wenigen und einfachen Schritten können Tages- und Allergene Etiketten für Lebensmittel gedruckt werden. Es können Uhrzeit und Datum der Speisenzubereitung sowie die Verwendung, die Unterschrift des Mitarbeiters und der Ablauftag angegeben werden. Durch den Druck von professionellen Etiketten wird Zeit gespart und die Genauigkeit der Warenrotation verbessert. Es können sogar Lebensmitteldetails, die aus einer Datenbank stammen, abgerufen werden. Unsere einfache und unkomplizierte Touch-Display-Einheit ermöglicht den präzisen Zugriff auf Informationen, Ansichten und Ausdrucke. Natürlich unterstützen Brother Spezialisten gerne vor Ort und eine dreijährige Garantie ist inbegriffen. Mit den Thermo-Direktdruckern TD2 und TD4D von Brother werden Verfahren zur Lebensmittelhygiene und Sicherheit vereinfacht und beschleunigt. Es kann ganz einfach von einer Etikettenrolle aus über ein kompaktes und benutzerfreundliches Gerät gedruckt werden, um wertvollen Platz in der Küche zu schaffen.